Ich nutze die Pico jetzt schon seit ein paar Tagen und natürlich sind jetzt ganz, ganz viele Fragen auf mich eingeprasselt. Hey, guckst du dir bitte das mal an? Wie funktioniert das? Ist das mit an Bord? Wie funktioniert es? Und so weiter. Und in diesem Video habe ich jetzt alle eure Fragen zusammengefasst und natürlich auch beantwortet. Ich habe so ein bisschen was rumgetestet, ein bisschen was für euch rumprobiert und ich hoffe natürlich, dass jedes Problem jetzt von euch gelöst wird. Ihr habt noch weitere Fragen, die in diesem Video nicht aufgeführt werden, dann mache ich natürlich gerne ein zweites Video. Alle Fragen, die jetzt immer noch nicht beantwortet sind, einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt kurz knapp an. Euer eigenes Problem könnt ihr gerne über die Kapitelmarken aussuchen, direkt dorthin springen und jetzt wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß. Ich wurde auch gefragt, wo bekomme ich das Headset? Das bekommt ihr für 429 Euro 128 Gigabyte oder 499 Euro 256 Gigabyte Speicher. Ja, bei Mediamarkt & Co., also in Elektronikfachmärkten. Dann bei Amazon könnt ihr das vorbestellen und natürlich auch nach dem Dienstag weiterhin bestellen. We are Expert bietet das Ding an, Bestware, da könnt ihr es auch bestellen. Also es gibt genug Wege, euch das neue Headset nach Hause zu holen. Hat das Ding wirklich keinen Klinkenanschluss? Nein, hat es nicht und das ist natürlich auch ein kleiner Negativpunkt bei dem Teil. Es hat nur einen USB-C Anschluss, aber dort könnt ihr Kopfhörer anschließen, die einen USB-C Stecker haben. Ihr könnt aber auch einen Adapter benutzen. Das habe ich gemacht, einen Adapter von USB-C auf Klinke. Funktioniert wunderbar, ist irgend so ein No-Name-Ding von Amazon, also nichts Weltbewegendes. Funktioniert. Ihr könnt aber auch einen Adapter holen, den steckt ihr rein und dann habt ihr einen USB-C Ausgang und einen Klinkenausgang gleichzeitig. Und da könnt ihr dann Kopfhörer anschließen und gleichzeitig auch ein Akku-Pack anschließen, um ein bisschen länger in We are zu bleiben. Ich wurde sehr oft gefragt, gibt es Virtual Desktop? Ja, es gibt mittlerweile Virtual Desktop für 19,99 Euro im Pico Store und dann könnt ihr natürlich Wireless PC Gaming betreiben. Der Clou an der Geschichte ist, mit Virtual Desktop könnt ihr sogar eure Oculus Rift Spiele spielen, wenn ihr welche besitzt. Ist natürlich relativ cool, wenn ihr die Quest-Version besitzt. Die ist cross-by, also besitzt ihr natürlich kostenfrei auch die Rift-Version. Und wenn ihr dann noch einen leistungsstarken PC habt, könnt ihr dann auch diese Spiele weiterhin mit der Pico nutzen. Ja, kein Klinkenanschluss, alles blöde. Gehen auch Bluetooth-Kopfhörer? Die gehen, habe ich ausprobiert. Gar kein Problem, werden sehr schnell connected. Toller Klang, aber eine unheimliche Latenz. Also das kann ich euch echt nicht empfehlen. Wie gesagt, Funktion ja, Latenz absolut unterirdisch. Also ich habe dann so ein Spiel gehabt, wo man so einen Namen eintippen muss. Dann hört man immer tick, 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 wenn man über die Tastatur geht. Und das war schon arg verzögert. Also nee, das macht keinen Sinn. Würde aber funktionieren. Wie sieht es mit der Pico eigenen Software aus? Geht dort Wireless PC Gaming? Geht dort auch ein Link-Kabel? Also mit einem USB-C-Kabel kann man dort spielen? Ja, das funktioniert. Es gibt bei Pico eine Software für den PC. Die habe ich mir runtergeladen. Das war alles total easy. Ging alles sehr, sehr schnell. Und dann wird einfach, wie gesagt, Wireless ausgesucht oder Kabel. Ich habe beides ausprobiert. Beides funktioniert zu 99 Prozent, möchte ich mal sagen. Was mir aufgefallen ist, dass es zwischendurch nicht in Steam Home reingesprungen ist. Also ich hatte diese Anfangsumgebung von Steam. Ich musste das Steam-Menü aufrufen, mir mein Spiel raussuchen. Und dann hat es funktioniert. Wo es auch ein bisschen Probleme gegeben hat, das war ein Spiel, da muss man Raumfüllen spielen. Und das hat mit der Quest wunderbar funktioniert. Das hat jetzt hier bei der Pico nicht funktioniert. Dann wurde die Flat-Version gestartet, weil ich für Steam meinen Raum nicht ausgemessen habe. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Aber hier scheint es irgendwie, dass was nicht stimmt, also dass die Pico nicht erkennt, dass ich jetzt hier raumfüllend bin. Beziehungsweise Steam erkennt das nicht mit dem Pico-Headset. Also das hatte ich vorher noch nicht. Das kannte ich nicht. Ich hätte jetzt bei Steam wirklich hier meinen Raum ausmessen müssen, um Steam zu sagen, ich spiele raumfüllend. Okay, aber die Spiele funktionieren und die funktionieren Bombe, muss ich sagen. Wireless super und auch mit Kabel. Wireless nutze ich natürlich einen eigenen Router, den ich auch für die Quest nutze, also gleiche Verhältnisse. Und wenn ich mich drehe im Spiel, da ruckelt nichts, da fuppelt nichts. Man kann sogar diverse Sachen einstellen. Aber natürlich zum PC-VR-Gaming mit der Pico mache ich auch natürlich nochmal ein eigenes Video. Aber wenn ihr gerne PC-VR zocken wollt, die Pico-Software funktioniert. Wireless und auch Kabel. Aber Vorsicht, hier nur Steam. Steam. Oculus Rift funktioniert natürlich nicht. Dann müsst ihr Virtual Desktop nehmen. Dann wurde ich ganz oft gefragt, gibt es Demos, kann ich Apps zurückgeben. Wie sieht das aus mit dem Rückgaberecht bei Pico? Und das Rückgaberecht, das ist eigentlich relativ ähnlich wie bei anderen. Ihr dürft die Rückgabe 14 Tage lang beanspruchen. Und das Spiel darf nicht länger wie 2 Stunden gespielt sein. Das heißt, wenn ihr euch heute ein Spiel kauft, habt ihr ab dem Datum 14 Tage Zeit. Und nicht länger wie 2 Stunden spielen. Dann geht das nicht mehr. Wie oft ihr das machen könnt. Und ob irgendwann gesagt wird, hey, du kaufst hier 10 Spiele und davon gibst ihr mal 9 zurück. Das weiß ich natürlich nicht. Es gibt ja immer so Gerüchte, dass irgendwelche Anbieter irgendwann dann sagen, nee, machen wir nicht mehr. Das ist alles nur Kulanz. Kann ich nichts zu sagen. Aber ihr könnt die Spiele definitiv zurückgeben. Auch eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt worden ist, was ist mit App-Sharing? Was ist mit Familienfreigaben? Nein, das geht nicht. Also ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Ich habe aber 2 Accounts auf der Pico. Ich muss aber jedes Mal, wenn ich die wechsle, jedes Mal wieder Benutzername und Passwort eingeben. Dann wechselt der die. Und mir ist heute folgendes passiert. Ich habe bei einem Account ein Spiel gekauft. Und dann bin ich aber mit dem anderen Account rein. Also das Spiel wird dann angezeigt. Ich habe da drauf gedrückt, weil ich da nicht mehr dran gedacht habe, dass ich mit dem falschen Account angemeldet bin. Das Spiel wurde sogar bis ins Hauptmenü gestartet. Und auf einmal blub, ging es aus. Und dann stand dann Kopierschutzfehler, irgendwie was, dass ich es ja nicht gekauft habe. Also die Spiele starten ganz kurz an. Aber dann ist auch Schluss. Also es geht kein Sharing, weil beide Accounts befinden sich ja auf dem Headset. Da ist leider erstmal noch nichts. Vielleicht kommt das später, das weiß ich nicht. Aber jetzt funktioniert es erstmal nicht. Ist der Pass-Through wirklich so cool? Ist der in 3D oder in 2D? Also der Pass-Through, die Kamera durchsicht, die ist echt schon mega, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein richtig geiles Feature. Alles in Farbe. Es ist relativ scharf, sage ich mal. Es wabert natürlich so ein bisschen. Aber ein Handy kann man ja lesen. Also es funktioniert. Es ist ein bisschen schwer. Die Tasten drücken ist auch nicht ganz so einfach. Aber ein Tiefensensor ist nicht drin in der Pico. Also es ist ein 2D, 3D Gemisch, so möchte ich mal sagen. Es kommt auf den Blickwinkel an, wie ihr euch was anschaut. Wenn ihr auf den Tisch schaut, wo viel Kram drauf ist, dann sieht ein Handy aus wie so ein Blatt Papier. Das ist richtig platt auf dem Tisch. Und wenn ihr einen anderen Winkel habt, also so eine tiefe Einsicht habt, dann hat man schon so einen 3D-Effekt. Aber man kann mit dem Pass-Through wunderbar durch die Wohnung laufen. Das funktioniert. Man läuft nirgendwo vor. Man sieht alles. Und man kann sogar einen PC bedienen. Ist gar kein Problem. Also wenn man jetzt PC-VR macht, muss ein bisschen was tippen, braucht man hier kurz zack, zack. Pass-Through. Man kann auf dem Bildschirm einiges erkennen. Auch die Tastatur. Also das funktioniert. Tolles Pass-Through, muss ich sagen. Gefällt mir. Ganz, ganz häufig wurde ich gefragt, was ist mit meinen Quest-Spielen? Kann ich die mitnehmen auf die Pico? Nein, das geht nicht. Ihr könnt ja auch keine Xbox-Spiele auf die Playstation mitnehmen oder umgedreht. Also da müsst ihr leider doppelt kaufen, wenn euer besagtes Spiel im Pico-Store zur Verfügung steht. Das tut mir leid. Also hier geht es leider nicht. Genaufnahmen. Ja, sicher Genaufnahmen. Ganz, ganz klar. Natürlich nur in 2D. Keine Frage. Aber sie funktionieren sehr, sehr schnell. Ihr habt eine Taste auf dem Controller. Da drückt ihr einmal drauf. Da macht ihr ein Screenshot. Ihr haltet die Taste fest. Dann wird ein Video aufgenommen. Ihr haltet die Taste nochmal länger fest. Dann wird das Video gespeichert und beendet. Das Video wird höher aufgelöst als bei anderen Headsets. Wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ihr habt das ja schon bei einem Entgänzt-Video gesehen. Ja, das habe ich euch hier übrigens angepinnt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da funktioniert alles. Tipi-topi. Ist dann auf ein Headset. Könnt ihr euch dann auf den PC übertragen. Gibt es einen Entwicklermodus? Den gibt es natürlich. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das findet ihr hier oben. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ihr braucht dafür kein PC, kein gar nichts. Das funktioniert in der Brille selber. Da müsst ihr nur siebenmal auf die Software-Version, meine ich weiß, drücken. Aber wie gesagt, schaut gerne ins Video. Da habe ich es nochmal genau erklärt. Und Handtracking könnt ihr dann auch aktivieren im Entwicklermodus. Also auch hier kann ich sagen, das funktioniert. Viele Fragen bezogen sich natürlich auch auf Big Screen und Videos schauen. Big Screen gibt es leider noch nicht. So viel möchte ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob es erscheinen wird. Kann ich euch echt jetzt noch nicht sagen. Aber ihr könnt Videos schauen. Und das funktioniert richtig fluffig. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich habe hier ein NAS zu Hause. Dort sind einige Filme drauf. Und ich habe das einfach mal getestet. Ich habe die Brille aufgesetzt. Dann geht man auf Netzwerk. Mein NAS wird sofort angezeigt. Ich musste nichts einstellen. Ich habe mir einen Film ausgesucht. Dann springt das Ding dann sofort in ein virtuelles Kino, also die Pico. Ich habe eine schöne große Leinwand. Mein Film startet und dann kann ich loslegen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, DTS-Sound funktioniert. Gar kein Problem. Ich habe Sound. Da habe ich bei anderen Kinoprogrammen schon Probleme gehabt. Das war dann stumm, weil DTS nicht unterstützt wird. Hier funktioniert es. Es gibt zwei Kinos. Einmal ein richtig großes, wie man das so kennt. Einmal ein Strandkino und einmal komplett schwarze Leinwand. Man kann die Videos auch, ja, in Video Enhance sich anschauen. Das ist so ein Button. Dann sieht man so ganz kurz, wie was über die Leinwand wischt. Und dann wird das Bild besser. Merklich besser. Ihr könnt aber auch eure Ansicht zentrieren. Ihr könnt praktisch nach oben schauen. Dann zentriert ihr die Ansicht. Und dann bleibt die so. Das Kino ist dann weg. Alles schwarz. Das ist der Liegenmodus. Funktioniert auch. Wunderbar. Ihr könnt sogar Kontrasthelligkeit vom Film einstellen. Die Sättigung. Also es ist wirklich an alles gedacht. Also wirklich super. Es sieht auch mega aus. Was es nicht gibt, ist leider so ein True Motion. Ich benutze mein Fernsehmer mit True Motion. Dieses 24p Videoruckeln. Das kann ich leider nicht mehr sehen. Aber das ist auch wieder so eine Geschmackssache. Das gibt es da leider nicht. Das habe ich auch noch bei gar keiner Kino App gesehen. Dass man das wirklich so smooth einstellen kann. Dass dieses Videoruckeln weg ist. Aber okay. Ansonsten eine super tolle Kino App, muss ich sagen. Was man nicht machen kann, ist Leute einladen. Aber für einen Kinoabend alleine ist das auf jeden Fall ein super tolles Ding. Gibt es jetzt eine Freundesliste, Party-Chat, Avatar und so weiter. Gibt es mit dem letzten Update. Auch das habe ich euch natürlich hier oben angepinnt. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das wurde jetzt nachgereicht. Und zum Start am Dienstag natürlich auch schon für euch verfügbar. Ja, viele von euch wollen auch Amazon Prime, Netflix und so weiter schauen. Gibt es dort Apps? Das muss ich leider beneinen. Heißt das so? Beneinen? Ist egal. Auf jeden Fall gibt es die leider nicht, muss ich sagen. Es gibt Web-Apps. Das sind aber einfach nur Verknüpfungen zum Browser. Wenn ihr da drauf drückt, zum Beispiel Amazon Prime, dann öffnet sich Amazon Prime. Das heißt, wenn der Anbieter eine webbasierte Lösung anbietet, dann könnt ihr natürlich schauen. Wenn der Anbieter keine anbietet, könnt ihr leider nicht schauen. Also derzeit noch keine nativen Apps für Netflix und Co. Gibt es kostenfreie Inhalte zum Start? Ja, es gibt ein paar. Es gibt sogar nur eine Demo von einem Spiel. Das ist Hitstream. Alles andere sind dann nur so kleine Filmchen oder Videos. Die sind natürlich kostenlos. Aber ich sage mal, für den Anfang kann man schon mal reinschauen. Ultimax ist ja sowieso kostenlos. Ein cooles Spiel. Aber ganz so viel Inhalt ist leider nicht drin. Es ist auch kein Tutorial drin. So mein First VR oder so. Das fehlt leider auch. Also mit kostenfreien Inhalten wurde so ein bisschen gespart, sage ich mal. Was brauche ich alles, um einen Account zu erstellen? Gar nicht viel. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse. Dann müsst ihr euch einen Namen ausdenken, Passwort eingeben. Und die Sache ist geritzt. Ihr braucht noch niemals die Handy-App dazu, wenn ihr nicht möchtet. Aber könnt ihr natürlich dann parallel auch eure Daten eingeben. Dann connecten die zwei Geräte natürlich Handy und Pico. Und dann könnt ihr natürlich auch das Handy mit benutzen. Gibt es Crossbuy bei der Pico? Leider nein. Wie soll es auch? Es gibt ja keinen PC-Store, der im Hintergrund läuft bei Pico. Bei der MetaQuest ist das natürlich anders. Da läuft der Rift-Store noch im Hintergrund. Und wenn dort beide Versionen zur Verfügung stehen, dann kann der Entwickler entscheiden, ob man die PC-Version kostenfrei dazu bekommt, wenn man sich die Quest-Version kauft oder umgedreht. Bei der Pico, wie gesagt, gibt es keinen PC-Shop im Hintergrund. Steam ist auch eigenständig, also Crossbuy. Leider nicht bei der Pico. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine Standalone-Version kauft und sagt jetzt, hey, ich will das aber gerne für einen PC haben, dann müsst ihr leider nochmal euer Portemonnaie zücken und dann bei Steam einkaufen. Gibt es Crossplay? Ja, aber sicher gibt es Crossplay. Das ist jetzt erstmal schon mal für zwei Spiele auf jeden Fall sicher. Das ist Demio und das ist auch After the Fall. Und weitere Spiele werden natürlich folgen, beziehungsweise frage ich für euch nach. Ein Crossplay-Video wird folgen. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei Walkabout Minigolf, gibt es die DLCs noch nicht bei der Pico. Und da kann natürlich jetzt sein, dass dann Crossplay noch nicht funktioniert. Ich weiß es aber nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Weil wenn ich ja dann Crossplay spielen will und da gibt es die DLCs nicht und der andere möchte aber auf der Quest, sage ich jetzt mal, oder auf dem PC DLC spielen, dann funktioniert es ja nicht. Also es muss ja schon alles irgendwie gleich sein. Aber wie gesagt, ich werde mal eine Liste machen. Ich werde mal alle Entwickler anschreiben oder auch selber testen, welche Spiele letztendlich Crossplay sind. Ihr habt Crossplay-Wünsche? Natürlich immer in die Kommentare damit. Dann schaue ich mir das natürlich bevorzugt an. Gibt es einen WLAN-Dongle? Da war doch irgendwie was. Ja, der WLAN-Dongle soll kommen für 49,99 Euro. Dann braucht ihr keinen eigenen Router mehr für Wireless Gaming. Das ist so ein kleiner Stick, den steckt ihr in den PC. Und dann soll das irgendwie alles so out of the box super funktionieren. Ob es dann dann so ist, das weiß ich natürlich nicht, weil der Dongle ist noch nicht raus. Aber der ist in Planung. Ein Wireless-Dongle für die Pico. Kann ich den Inhalt meiner VR-Brille streamen auf TV oder ins Web oder aufs Handy? Ja, das geht. Das habe ich ausprobiert. Das funktioniert auch super. Ja, gar kein Problem. Ich habe einfach mein iPhone mit der Pico connected. Aber ihr müsst dann im selben Netzwerk sein. Ich habe zwei Netzwerke zu Hause. Eins nur für VR und eins für alles andere. Und das iPhone, wie gesagt, hat sich dann nicht verbunden, weil das hing bei mir auf der Fritzbox und die Pico hing auf dem Honor-Router. Aber als ich dann das iPhone auch auf den Honor-Router gezogen habe, hat das alles sofort connected und wunderbar funktioniert. Und wie gesagt, ins Web könnt ihr auch streamen und natürlich auch auf den Fernseher. Eine ganz, ganz häufige Frage war immer, gibt es Beat-Server für die Pico? Nein, das wird auch nicht kommen. Also das Ding gehört Meta. Die haben das Studio gekauft. Also kein Beat-Server auf der Pico. Das geht natürlich über Steam. Wenn ihr euch die Steam-Version kauft, dann könnt ihr natürlich über Wireless oder auch mit Kabel Beat-Server zocken. Das ist nicht das Problem. Aber ihr habt natürlich eine gewisse Latenz. Das ist natürlich ein bisschen blöde, gerade bei so Musik-Rhythmus-Spielen, wenn das alles nicht so auf die hundertstel Sekunde funktioniert. Gerade wenn der Schwierigkeitsgrad höher wird. Also Beat-Server gibt es leider nicht auf die Pico. Das muss ich verneinen. Es gibt aber Alternativen. Und auch die werde ich euch natürlich zeigen. Das war der große FHQ für die Pico 4 zum Start am Dienstag. Wenn euch das Headset erreicht, beziehungsweise wenn ihr noch überlegt habt zu bestellen, dann wisst ihr jetzt, was kann das Ding, was kann es nicht. Und wenn noch was fehlen sollte, wenn ich irgendwas nicht gesagt habe, dann das Problem hier reinschreiben. Schaue ich mir natürlich schnellstmöglich noch für euch an. Ihr möchtet, dass ich ein Thema weiter aufgreife, tiefer reinschaue, zum Beispiel das Kino. Kannst du das alles mal so in eigenem Video zeigen, wie das alles aussieht, wie das funktioniert? Kann ich natürlich machen. Auch das alles bitte in die Kommentare. Und dann gibt es ein extra Video zu einem bestimmten Thema. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr natürlich in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet, was die Pico angeht, dann abonniert doch gerne jetzt einfach meinen Kanal. Einfach mal einmal draufdrücken und schon bekommt ihr die nächsten Info. Wenn es Infos zu der Pico gibt. Was für ein Satz, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich bedanke mich natürlich. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich haue jetzt mal eben zu kurz noch das Outro raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017